hallo leute ich zeige euch heute wie ihr bei einem synology nas portbündelungen einrichten könnt sowie wake online für die beiden netzwerkkarten oder je nachdem wie viele netzwerkkarten ihr in dem nas habt wir fangen an zunächst werden muss einmal bei der synology nas an das habe ich in dem fall schon getan dann gehen wir weiter wir gehen einmal in die systemsteuerung dann gehen wir einmal auf netzwerk und dann seht ihr unter netzwerkschnittstellen dass ich jetzt schon ein bond gemacht habe also bei bei synology heißt das bond also sozusagen die englische version von binden damit dem fall zwei lan ports zusammen gemacht werden wir haben mehrere möglichkeiten wir haben ich kann euch das mal zeigen hier sind dem fall schon bond erstellt da können wir mal bearbeiten dem fall link aggregation da gibt es mehrere methoden ihr seht hier drei stück in dem fall habe ich den oberen part weil ich leider keinen lhcp fähigen switch ab bezüglich lhcp auf dem switch konfigurieren packe ich euch einen link unten in die beschreibung da habe ich erklärt wie ihr bei einem switch lhcp für bestimmte ports aktivieren könnt in meinem fall habe ich nur einen den oberen part gewählt in dem fall balance slb damit unterschiedliche switche ohne lhcp funktion genutzt werden können ähnlicher part ist unten aktiver modus oder sicherungsmodus das gilt eigentlich nur wenn jetzt zum beispiel ein port ausfällt das heißt als beispiel hat zwei land ports und die würden jetzt zum beispiel einer steckt an dem ein switch an einem anderen und irgendeiner würde ausfallen dann springt er automatisch um und wenn es sein soll dass ihr das halt richtig macht würde ich immer den unter dem mittleren part nehmen ihr kriegt dann einfach den anklickt auf ok wichtig ist ihr müsst erst die ports auf dem switch konfigurieren bevor er das anpasst weil danach ist das nas nicht mehr erreichbar ohne dass es dann gegebenenfalls manuell zurücksetzt zusätzlich könnt ihr hierüber dann noch die ip-adresse anlegen entweder der cp klar ist ja standmäßig aber im normalfall macht ihr eine feste ip-adresse und die bezieht sich dann auf beide ihr seht ja schon hier sehr bond das heißt vom gruppe sie werden beide zusammengeführt und hatte dem fall bei beiden die gleiche ip-adresse sich gibt es auch aber in dem fall habe ich bei mir ausgeschaltet das sind so die standardeinstellungen zusätzlich könnt ihr hierüber natürlich auch v-lands konfigurieren als beispiel wenn das nas zum beispiel nicht über die 1 erreichbar ist also 1 ist ja das default v-land sondern halt über irgendein spezielles management server netz was auch immer könnt ihr das explizit eingeben aber in den meisten fällen macht man das eigentlich so dass man das nicht über die v-land id macht sondern macht im switch dann einfach an tag die 10 oder an tag 20 damit man hier gar nichts einstellen muss das ist in dem fall der linke migration modus oder allgemein port bündelung gewesen jetzt zeige ich euch noch wie ihr wake online aktivieren könnt dieses primär wichtig wenn ihr zum beispiel das nas aufwecken wollt wenn es heruntergefahren ist um nicht jedes mal das manuell zu starten falls man bestimmte zeiten haben möchte wo das aus ist in dem fall gehe ich auf abbrechen und sagt nicht speichern weil sonst wäre jetzt mein nas nicht mehr erreichbar wir gehen einmal auf hardware und energie und können hier direkt sehen startmäßig ist es nämlich so eingestellt diese haken sind alle aus das heißt weg online in meinem fall habe ich eine 9 18 plus das heißt ja zwei land ports könnt ihr einmal weg online pro port aktivieren und der punkt hier oben ist noch wichtig startmäßig ist so als beispiel jetzt stromausfall ist das nas fährt nicht mehr hoch nach wenn der strom wieder da ist das wäre nämlich im normalfall hier sieht man nämlich automatisch neu starten wenn das probleme der stromversorgung behoben ist das heißt als beispiel wie hier oben schon steht verhalten nach stromausfall strom weg nas strom weg nach wieder da beziehungsweise strom wieder da nas startet wieder damit damit ihr netwer als beispiel wenn das nas zu zu hause steht und ihr seid weg damit die extra jemanden hinschicken müsste er das wieder anschaltet ja das war es in dem fall schon gewesen bei fragen unten in die kommentare und wenn da morgen wieder freuen dankeschön